Ein streunender Hund, der auf dem Parkplatz einer Tankstelle gefunden wurde, wird zum Starpet-Smart-Modell. Sie hatte ein natürliches Talent dafür. Lernen Sie Lila kennen, eine zweijährige Golden Retriever, die jeden Raum erleuchtet, den sie betritt. Eine Tierrettung fand Lila, die schmutzig und allein auf dem Parkplatz einer Tankstelle herumstreifte. Sie wussten nicht viel über ihre Vergangenheit oder wie lange sie dort war, aber sie wussten, dass sie ihr eine bessere Zukunft geben konnten. Wochen später fand die ehemalige Streuner sie für immer zu Hause und begann ihre Model-Karriere, die Millionen von Menschen Freude bereitete, und ihre neue Mutter ist ihr größter Fan. Kurz nachdem ich sie adoptiert hatte, fing ich an, Lila mit ins Homeoffice von Petsmart zu nehmen, und sie war unglaublich, erzählte Rebecca Cruz, Lylas Mutter. Sie ist die perfekte Schreibtisch-Begleiterin. Cruz arbeitet im Social-Media-Team des Unternehmens und brauchte einen natürlich fotogenen Welpen, also wechselte sie zu Lila, während sie ihre Suche fortsetzte. Sie hatte ein natürliches Talent dafür und deshalb fing ich an, sie freiwillig für weitere Fotoshootings zur Verfügung zu stellen, sagte Cruz. Sie bekommt zwischendurch ein Leckerli, darf beim Outfit-Wechsel mit einem Spielzeug spielen und bekommt natürlich jede Menge Haustiere vom Team. Die Cruz trafen Lila zum ersten Mal aus einer Laune heraus, als sie von der Arbeit nach Hause fuhren. Sie hatte nicht geplant, ihre Familie zu vergrößern, aber das Schicksal griff ein. Ich bin an einer brandneuen Rettung namens Heidi's Village in Phoenix, Arizona, vorbeigekommen, von der ich noch nie zuvor gehört hatte, sagte Cruz. Als ich zurück in den Zwinger gebracht wurde, bemerkte ich Lila sofort. Nachdem sie mit ihrem Ehemann darüber gesprochen hatte, fuhr Cruz mit dem Adoptionsprozess fort. Sie konnte Lila nicht aus dem Kopf bekommen und wusste, dass sie perfekt dazu passen würde. Und als sie sich trafen, schien Lila zuzustimmen. Sehen Sie hier, wie Lila Cruz trifft. Jetzt verbringt Lila ihre Tage als beste Arbeitskollegin ihrer Mutter. Ihre Fotos wurden in vielen Anzeigen des Unternehmens verwendet, aber Cruz hat größere Pläne mit ihrem süßen Mädchen. Lila ist so besonders, wir hoffen, sie als Therapiehund zertifizieren zu lassen, sagte Cruz. Wir lieben sie absolut.